moin moin hier ist wieder euer robin für euch ja ihr habt am titel gelesen endlich wieder schützen fest ja guck mal was ich bekommen habe und das zweite meine mitgliedskarte wo ich natürlich meine adresse gerade zu halte ja es kann wieder losgehen ich freue mich riesig darauf am samstag ist vorüben und eine woche später ist ja dann das große schützenfest in ramsdorf ich weiß noch nicht wie was wo ich filme aber es gibt ja auch ein einstündiges video vom schützenfest in ramsdorf mit vielen tollen vereinen ja und so sieht es nämlich aus und was passt nicht besser dazu und scheiße egal wo wie an der theke stehen und scheiße egal wo wie an der theke stehen und scheiß egal wo wie an der theke stehen und scheiß egal an der theke stehen schützenfest feiern jedes jedes Jahr ne tagelang und schützeln, fest feiern jedes Jahr ne tagelang und schützeln, fest feiern na 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 nahm na 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 Also, freuen wir uns auf ein paar besinnliche Tage in Ramsdorf Ab morgen hab ich dann noch zwei Wochen Urlaub Mal schauen, was so auf meinem YouTube-Kanal passiert, was es für Impressionen gibt. Ciao mit Frau Robin. Tschüssi.